Hallo, der Geschäftsreisende, der beste Preis im Netz, so kann man Provisionen sparen. Und so geht es. Einfach ein Portal öffnen, den besten Preis finden und dann natürlich sich den besten Preis merken. Jetzt gehen wir auf die Homepage des Hotels, rufen entweder an oder suchen wie im Portal mit den Daten, klicken drauf und hier haben wir den besten Preis. Den besten Preis gibt es immer nur direkt im Hotel. Wir bieten 5 bis 10% auf die Portale an. www.hotel-kaiser-harenberg.de So geht Hotel Rufen heute.